heidi heidi ho und herzlich willkommen zu einer neuen folge happy hammy hype heute mit leon er spielt live vom splat fest auf der wii splat fest wooo voll geil wir sind jetzt ist da party kali und mari singen und die heißen bei uns ja gar nicht so auli und limone machen hier party party singen und tanzen und der ganze ort ist voll amivas beiträge richtig party party ok und ja das ding im splat fest geht es darum dass man die magischen muscheln das sind miesmuscheln oder schnecken aber dafür reden sie auch nicht und ja wie man hier sieht geht es entweder darum ich esse lieber der schlafen lieber was man halt lieber hat und dann wird die ganze spielergemeinschaft in zwei gruppen geteilt und es ist wie ein krieg man kann es vergleichen mit einem double xp weekend in call of duty nur halt geil kämpfe werden gesucht und da sind sie auch schon normalos nachfällen ganz viele normalos nachfällen das ist das team von leon erst bei den langschläfern diesen stufe 15 20 18 10 und auf team amt wird nun gewartet und team schnarch gegen team amt das hat schon stil normalo mann fans unter anderem auch jesus und james bei ihrem team sind sabrina und paul und mr matte es geht los im als platz fest ist es immer jetzt nacht auf den stag ist ja tinte die glimmer gleich im dunkeln weil die exe mir leon fährt erstmal den startbereich ein um sicher zu gehen dass es schon mal einige punkte gibt denn auch der startbereich zählt eigentlich die einzufärben das wird auch sinnvoll wie man hört es auch die epische musik die normalerweise nicht läuft also auch die musik ist anders bei diesem platz fest wir haben schafft sich einen geheimen weg den die meisten nicht kennen auf dem antil des felds läuft doch gut lang wir haben es dann darauf aus die zentrale zone zu kontrollieren und damit gibt es eine große region ganz oben wo er ist ein granat und er hat leider sind sie vertreten doch er wirft noch einen als seine lektion an ja er hat alles joki toffi er hat ihn gesiegt und noch ein toter das schild ist ist effig man sieht wie sozusagen nur die reflexe hier eine ziemlich gute waffe besonders für anfänger und auch allgemein absolut gut geeignet weil es möglich ist ein richtiger unrounder für die reichweite an der mann wo auch noch zwei weitere tote er hat richtig rein hier ist beeindruckend und man sich wieder erstmal die zonen sichern damit keine feindlichen verstärkungen ein aber es schaffen wird ist natürlich noch nicht sicher doch von einem profil jahren kann man solch ein bisschen erwarten es zeugt davon dass ein feindlicher interessengruppe interesse hat an der eroberung des autos der obere bereich des hafens ist schon total unterkampfvoll und fast völlig eingefärbt der feind auch immer sich hertraut und dann hat es das heißt du snipers, nein, mal feindliche snipers oh war dein Toast, wo ihr feindliche Angreifer rückt immer näher die feindliche Streitmacht versucht nur den Hafen anzunehmen wird Leon rechtzeitig zurückkehren können oder wird sein Team versagen? man merkt Leon ist mit den Nerven am Ende, doch er gibt nicht auf ich hab das mal in die südliche Region ein da fällt mir noch was ein, ich zeige euch mal ganz kurz die aktuelle Zeit hier sehen wir die Zeit ich lass das jetzt besser so, die Kamera, damit sie die Zeit im Auge noch hat ich kann sie die Zeit im Auge, weil ich nicht feindliche ich rede halt wegen der Atmosphäre so, noch 30 Sekunden Leon gibt alles ich lebe sich gut ob es reichen wird, wissen wir natürlich noch nicht dann klappt weiter, klappt weiter oh feind, feind, feind oh, der hat ihn bezwungen, sehr gut noch 10 Sekunden, 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Ende Wer wird wohl gewinnen? verloren Leon meinte, dass er verloren hat ich kann nicht auf die Karte gucken, ich weiß das Urteil nicht das sieht hart aus könnte knapp werden 2 Punkte 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 gereicht, um alles zu ändern. Wenn man das bedenkt, das ist schon tragisch. Wir werden ihm bei einem weiteren Match beistehen, falls das feindliche Team sich rechtzeitig meldet. Wir gucken. Noch sehe ich kein feindliches Team. Nur die Normalo-Schnarch-Fans. Mit Leon an der Spitze, mit seinen 20 Stufen. Mit Level 20 halt. Ihr hört ganz viel Hermig-Stimme, falls ihr meine Stimme wollt oder gerne hört, dann ist das richtig toll. Wir sind immer noch in Wien. Hinter mir ist der falsche Hand, unter mir ist der Schrank, wo die Gewürze und andere Sachen von meinem Papa drin sind. Da ist eine Leiter und da ist Leon. Da unten ist das Gamepad. Oh, ich kann meine Hand nicht so sehr verrenken. Oh, da ist ja Team Mampf. Ich bin übrigens in Team Mampf. Das heißt, wenn ich und Leon uns jemals begegnen sollten, sind wir Erdfeinde. Uh, Blauflossen-Depot. Eine gruselige Map, die Leon schon aber noch nie gespielt hat. Es wird hart für ihn. Es ist dunkel, es ist nacht. Aber wenn es eingefärbt ist, sieht man wieder mehr. Ich gucke es wieder an eine andere Musik. Nein. Liebe Fans, ist es dieselbe Musik oder täuschen mich meine Ohren? Entscheide ich mir im Kommentar, falls ihr langweil habt. Fink kommt auch von der Feindliche, die Feindliche Angriffslinie. Wow, hat sie mit der Granate gefehlt. Auch der neue Ankündigung wurde sofort getötet. Leon hat somit so eben die Hälfte der Stage ganz alleine für sich behandelt. Und einen großen Beitrag zur Sicherung des Spiels gibt der Egeistet. Hoffentlich werden leider nicht Streiter ihn nicht enttäuschen. Da kommen auch schon die neuen Feinde. Diesmal Fernkämpfer. Oh Gott. Die Leonsteam ist schon bald nicht gekommen. Im Leonsteam befinden sich zwei Pinselnützer. Im feindlichen Team sind es dagegen zwei Roller. Das ist also ein bisschen sowas wie Pinsel gegen Roller. Das schau da. Äh, ich den haben wir mit Granate. Das geht aber woanders vor. Das schaffen wir. Äh, er nimmt sich für euch. Der hat er wirklich getan. So eben hat er drei Gegner gefehlt und die gesamte Stellung hier bewahrt. Und wow. Das war ein richtig, richtig gut gespielt von Leon. Sehr beeindruckend. Er ist halt ein Profi. Ob das Match gewinnt wird. Es geht auch in den Sternen. Doppeltod leider. Und dennoch hat er wieder mal den Vormatch des Feindes stoppen können. Noch eine Minute. Das sagt jetzt auch das Spiel ganz stolz. Leon steht vor. Oh, warte, warte, warte. Was ist denn da los? Vor allem weiß der Leon der Einzige in seinem Team, der was tut. Wie auch immer das möglich ist. Wird sein unglaubliches Talent seinem Team zum Sieg verhelfen oder wird es nicht aussehen? Das ist jetzt eine Farbe. Noch 30 Sekunden. Nur was macht sein Team, fragt man sich da. Was tut es dann? Alles ist voller orange Farbe. Und nirgends ist jemand aus seinem Team zu sehen. Ich glaube nicht, es reicht. Es reicht noch, aber wer gewinnt. Echt? Ja, wir haben es im letzten 30 Sekunden dann nochmal gewendet. So wie es aussieht. Aber es war ein verdienter Sieg. Jetzt sehen wir aber erstmal, warten wir das Urteil ab. Ja, eindeutig. Aber es war ein verdienter Sieg für Leon. Er hat gespielt wie kein anderer. Oder, Leon? Ich spiel dann Atmen und die Ecke drücken die Ecke drücken. Ja. Sehr gut gespielt von Leon. 10 zu 1. Und dann glaube ich, Punktzahl. Da gibt es einen Haufen Punkte dazu. Schon bald ist er nicht mehr ein normaler Splats-Fan-Fan-Fan. Splats-Fan-Fan. Snatsch-Fan-Fan. Snatsch-Fan-Fan-Fan. Egal. Ja. Ich würde sagen, ihr habt verstanden, wie das mit dem Splatfest geht. Ich werde das jetzt nicht noch länger pushen. Das ist sozusagen ein Let's Explain mit Leon. Falls ihr abonnieren wollt, vergesst nicht, ihr müsst auf uns klicken. Ich tue uns dafür jetzt auch hier hoch in die Ecke. So. Jetzt kann man uns ganz leicht anklicken. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Ciao!